Mein Kia wird unterstützt von der Diamant-Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. Das ist es also, das Objekt der Begierde, der Kia Stonic GT-Line. In dieser Ausstattungsvariante steht der Wagen jetzt hier bei uns. Und wir werden uns jetzt Stück für Stück dieses Fahrzeug erarbeiten. Erarbeiten heißt, erklären werde ich natürlich alles. Wie funktioniert dieser Wagen? Angefangen von den einfachsten Dingen wie Sitzeinstellungen, aber bis hin zum Multimedia-System. Und es gibt natürlich auch jede Menge Technik, die wir entdecken können bei diesem Wagen, bei diesem Kompakt- oder Baby-SUV, wie ich ihn immer nenne. Das ist nämlich der kleinste SUV oder das kleinste Crossover von Kia momentan im Modellprogramm. Den gucken wir uns jetzt Stück für Stück in den kommenden Videos an. Da bemünsche ich dir sehr viel Spaß. Und wie immer natürlich heißt es, wenn du irgendwelche Fragen noch zu Details hast, dann in den Videos selbst immer unten drunter in die Kommentare. Ich versuche das gerne auch zu eruieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jede Menge Likes oder auch ein Abo, was du da lässt, hier bei dieser Besprechung des Kia Stonic in der GT-Line-Ausstattung.